Hast du schon gehört? Die neue Bankfront ist Hausen. Das wird aber langsam mal Zeit. Was für eine Bankfront? Na Bankfront, sag mal, kennst denn du die nicht? Das sind die da aus der Reihe, äh, Hauptstadt. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Das wurde zu erleben. Es ist Zeit, wenn sie aufstehen. Es ist Zeit, den Kopf aus dem Arsch zu ziehen. Man wurde belogen, verraten und verkauft. Doch es wurde niemals reserviert. Man schreit jetzt schon alleine wieder auf. Unsere Heimat geht zugrunde. An ihr nackter Zahn der Zeit steht auf Kameraden. Macht euch zur Widerstand bereit. Wir spielen zusammen, was so lang schon zusammengehört. Der Grieche an der Ecke war dessen ist das Ziel. Doch für seinen Reizler war das ganz fett zu viel. Und so landete ganz und warf mit Fliegeltoße. Der Grieche ross der Lommüklos direkt in seiner Hose. Er verließ das Restaurant diskret mit schnellem Schritt. Doch ein Hightech-Mikrofon schnitt das Geschehen mit. Die Story reist um den Klobus ins Ferne-Merryland. Eingestuft als deutsches Statement und somit hoch die Sand. Und noch so ne Affäre schockiert die BRD. Denn das Telegrafenkabel führt direkt nach Übersee. Deutschland lässt die Hosen runter, mit für Bild. Ein Special Nation der United Z. schreibt alles fleißig mit. Zweifertäglich, zweifertäglich, zweifertäglich runter, wo ich ziehe. Männer, Rettung, Berser, Teppich, wofür das noch hin? Kebas, Pisionären, Mord, Mord, tut der Polizei. Männer, Rettung, Berser, Teppich, wofür das noch hin? Kebas, Pisionären, Mord, Mord, tut der Polizei. Ja, Rettung, Berser, Teppich, wofür das noch hin?